Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Utes Wohnmütze im Adventskalender. Habt ihr eigentlich schon gewusst, dass jedes Jahr in der Londoner U-Bahn 10.000 Regenschirme vergessen werden? Das ist der absolute Horror. Wusstet ihr schon, dass die London Tube die älteste U-Bahn der Welt ist? Die erste schriftliche Erwähnung in Europa ist aus dem Jahr 800. Außerdem ist zu Weihnachten bzw. am 25. Dezember der Öffi-Verkehr nahezu lahmgelegt. Da fährt fast gar nichts, bis auf wenige Busse und eben Ersatzverkehr zu den Flughäfen. Aber dafür ist an Silvester zwischen 23.45 Uhr und 4.30 Uhr die Tube kostenfrei. Da würde ich sagen, feiern wir Silvester wohl alle in London. Schön wär's. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass diese Information neu für euch war und wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Episode von Utes Hunde zum Adventskalender. Tschüss! Ich kann keinen vernünftigen Satz sagen! Keinen! Ich kann keinen vernünftigen Satz sagen! Keinen! Ich kann hier keinen sizing- einen Absoluten Katzen bekommen!